Es geht weiter abwärts, Bitcoin ist jetzt bei 34.000 US-Dollar angekommen, die Altcoins stehen auch mächtig unter Druck und als großer Unterschied zu den letzten Abwärtsbewegungen nicht initiiert durch die traditionellen Märkte, weil diese ja jetzt geschlossen sind am Wochenende, sondern weil einfach Bitcoin jetzt hier die Stärke fehlt, eine zusätzliche Schwäche, die wir jetzt aktuell sehen. Heute Nacht um 0 Uhr werden die traditionellen Märkte wieder öffnen, zumindest die Future-Märkte, da könnten wir vielleicht sehen, in welche Richtung es jetzt erstmal wieder weiter geht. Genau über diese Entwicklung werden wir gleich sprechen, darüber hinaus gibt es sehr spannende Entwicklungen in Argentinien, denn dort wird die Kryptoadoption gestoppt durch das IMF bzw. das IVF, den Internationalen Währungsfonds. Was da jetzt genau los ist, das werden wir uns jetzt auch anschauen. Es wird also spannend, falls ihr dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben noch da, das hilft wirklich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Blicken wir zunächst einmal auf den Markt, wir sind jetzt unter 1,6 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung, die Bitcoin-Dominanz immer noch gleich um den Dreh, 41,6% aktuell und wie ihr es schon sehen könnt, der gesamte Markt natürlich jetzt im roten Bereich. Ethereum auf 2,500 US-Dollar gefallen, 4,5% im Minus und natürlich die ganzen kleineren Altcoins auch ordentlich hier am Boden verlieren. Bitcoin bei 34.000 US-Dollar, den Boden gebildet bei 34.100 um den Dreh, aber da werden wir wie immer auch am Ende des Videos nochmal genau auf den Chart blicken. Da habe ich auch wirklich interessante Statistiken mal mitgebracht für euch, die jetzt aktuell relevant sein könnten. Es gibt natürlich auch kleinere Hoffnungsschimmer, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Kommen wir zunächst einmal zum IMF bzw. zum IWF, je nachdem, ob man es jetzt lieber Englisch oder Deutsch mag, der Internationale Währungsfonds. Da hört ihr immer wieder wahrscheinlich auch die Artikel zu, in Bezug auf Kryptowährungen, vor allem dann, wenn Länder herkommen und sich für die Kryptoadoption interessieren. Dann werden immer wieder die Bedenken geäußert, dass man da ja vorsichtig sein sollte wegen Geldwäsche, Finanzstabilität etc. Habt ihr wahrscheinlich schon öfter mitbekommen, aber für diejenigen, die vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, was der Internationale Währungsfonds ist, das ist eine Selbstorganisation oder eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Die Aufgabe ist es, vor allem an Länderkredite zu übergeben, die nicht ausreichende Währungsreserven haben oder einfach auch in Zahlungsschwierigkeiten geraten könnten. Wir haben, wie gesagt, schon in El Salvador das Ganze gesehen, dass der IMF direkt seine Bedenken geäußert hat, hat gesagt, ja, das könnte wirklich auf die Finanzstabilität sich auswirken. Die haben natürlich auch ihre eigenen Interessen. Auch das haben wir bei der Zentralafrikanischen Republik jetzt vor kurzem gesehen. Auch da wurden jetzt hier wieder Bedenken geäußert bezüglich Geldwäsche, bezüglich Finanzstabilität. Ein Land, was wirklich auch unter Druck aktuell steht und seit Jahren eigentlich auch unter Druck steht, ist Argentinien. Und Argentinien braucht frisches Geld vom IMF und 45 Milliarden US-Dollar soll Argentinien bekommen vom Internationalen Währungsfonds, weil die eigene Währung wirklich schwächelt und eine Wirtschaftskrise vorherrscht im Land. Also das Geld wird benötigt. Der IMF war jetzt so schlau und hat einige kleine Randbedingungen oder Rahmenbedingungen dazu aufgesetzt, unter anderem, dass man nicht die Kryptoadoption fördert. Es gab zwei Großbanken, die Kryptowährungen anbieten wollten und wenn die jetzt das Geld haben wollen, die 45 Milliarden US-Dollar, dann muss wirklich der Staat vorgehen und sagen, nee, wir wollen das nicht. Diese Banken dürfen oder die Finanzinstitute dürfen jetzt nicht mit Kryptowährungen handeln, dürfen keine Kryptowährungen anbieten. Und auch hier gibt es wieder diese Zitate. Also das Land soll jetzt hier das Ganze hemmen, Kryptowährungen zu nutzen. Zur Erinnerung, in Argentinien vor allem sehr beliebt Kryptowährungen aufgrund der aktuellen Lage dort. Und hier wird wieder Geldwäsche, Finanzstabilität etc. genannt. Und weil sie das Geld wahrscheinlich auch so brauchen, wird das auch so durchgesetzt werden. Natürlich für die einzelnen Nutzer, für die Bewohner, wird es natürlich nicht so einfach, das Ganze so zu stoppen, zu verbieten. Ihr kennt das Spiel, aber für Finanzinstitute wird es natürlich dann sehr schwierig, weil das IMF jetzt hier das als Voraussetzung sozusagen gesetzt hat, um die 45 Milliarden US-Dollar zu bekommen. Da werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder Gegenwind noch vom IMF sehen, aber das ist wirklich eine sehr spannende Entwicklung, wie ich finde. Da braucht ein Land, was wirklich in Bedrängnis gerade auch ist, Geld und da werden Voraussetzungen jetzt hier geschaffen, um dieses Geld auszuzahlen. Und da wird natürlich Argentinien mitziehen müssen, weil sie, wie gesagt, das Geld einfach brauchen. Kurzer Hinweis noch zum Steuertool CryptoTax von Blockpit. Das empfehle ich euch ja immer wieder und die Zeit läuft auch einigen, glaube ich, davon. Bald ist die Frist ja auch erreicht. Macht eure Steuern mit Blockpit, da könnt ihr Accounts, Wallets einpflegen und es wird alles automatisch ausgewertet. Da müsst ihr nicht mehr viel dann tun. Es gibt ja, wie gesagt, auch einen günstigen Plan jetzt für 49 Euro im Moment. Und zusätzlich mit meinem Link bekommt ihr auch noch einen Bonus, den findet ihr hier unter dem Video 25% nochmal drauf. Dann seid ihr unter 40 Euro und könnt dann eure Steuern komplett tracken. Seid auf der sicheren Seite. Das benutze ich auch wirklich selber. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr das noch nicht gemacht habt und wirklich auch viele Transaktionen habt. Egal, ob im DeFi-Bereich oder wenn ihr handelt, tradet, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ihr könnt es auch einmal kostenlos hier einmal testen. Schaut euch das an, nutzt gerne den Link für die 25% Rabatt und damit unterstützt ihr natürlich auch wie immer mich. Ja, heute Morgen gab es den Abverkauf und insgesamt in den letzten 12 Stunden zu diesem Zeitpunkt, wo das hier gepostet war, wurden schon wieder 240 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen liquidiert an den Märkten, weil es dann wieder so stark nach unten gegangen ist. Und zur Erinnerung, diese Zahlen sind die offiziellen Zahlen, die übermittelt werden. In der Wirklichkeit sieht das nochmal ein bisschen ganz anders aus. Viele Börsen übermitteln die Daten gar nicht mehr so transparent, wie viel wirklich liquidiert wird. Interessant ist aktuell, wir haben ja natürlich den Wochenabschluss heute, dass wir jetzt hier die sechste Woche haben, wo wir eine rote Kerze sehen. Also hier die dritte, vierte, fünfte und jetzt aktuell die sechste. Die werden wir auch wahrscheinlich nicht mehr positiv abschließen, wenn jetzt nicht nochmal was Wildes passiert. Das sind 4000 drüber der Anfang der Woche gewesen. Also das wird ein bisschen schwierig. Und mal zur Erinnerung oder zur Einordnung, sechs Wochen in Folge, eine rote Kerze hatten wir zuletzt 2014 im August, September. Also so eine lange Durststrecke, wo es wirklich jedes Mal da nach unten ging, ohne wirkliche Erholung, gab es lange nicht mehr. Und aus diesem Grund könnte natürlich auch die Hoffnung jetzt so ein bisschen sein, okay, wir wurden jetzt sechs Wochen hintereinander abverkauft. Vielleicht kommt jetzt irgendwann eine Gegenbewegung, auch wenn das jetzt nicht hier den Trendwechsel gibt, aber vielleicht eine Gegenbewegung. Was natürlich jetzt ganz wichtig sein wird, was machen die traditionellen Märkte? Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Aber hier vielleicht auch nochmal der 4-Greed-Index, den wir uns auch immer ab und zu mal anschauen. Jetzt auch wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir sind jetzt hier bei absoluter Furcht, bei 18, hier auch farblich im Chart nochmal dargestellt. Und historisch betrachtet sind das die Zeitpunkte, wo irgendwann der Boden gebildet wird. Aktuell aber natürlich mit der Marktphase, auch mit den traditionellen Märkten, mit der gesamtwirtschaftlichen Situation ist es natürlich jetzt nicht einfach zu vergleichen. Das sah 2021 ja ganz anders aus, mit der Lage um die Welt, um die Wirtschaft, um die Geldpolitik vor allem auch. Deswegen jetzt hier das Ganze nicht zu hoch bewerten, aber wir sind auf jeden Fall hier bei der extremen Furcht. Das merkt man auch, die Leute werden immer frustrierter, weil wir auch sehr viele Leute haben, die jetzt im Verlust sind. Also mal anhand der Transaktionsdaten, anhand der Blockchain mal ausgewertet, wie viele Coins sind im Minus. Man schaut sich einfach an, wann wurden diese Coins bewegt, geht einfach davon aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt dann gekauft worden sind. Wo sie dann das letzte Mal bewegt worden sind. Insgesamt 7,7 Millionen Bitcoin sind gerade im Verlust. Das macht 41% des Supplies gerade aus. Und das hatten wir zuletzt am 15. April 2020. Also kurz nach dem Crash, wo das Ganze mit der Pandemie losging. Also ziemlich hoher Wert, was das angeht. Also sehr viele Leute sitzen im Verlust. Und das könnte auch natürlich irgendwann dann bedeuten, dass irgendwann die Kapitulation da ist und dass dann irgendwann die Gegenbewegung kommt. Viel wichtiger wird aber natürlich die Frage sein, wie sieht es mit den traditionellen Märkten aus. Heute Nacht um 0 Uhr geht es weiter. Gibt es irgendwas an Informationen, die jetzt am Wochenende hinzugekommen sind für die Anleger, dass es vielleicht eine Gegenbewegung gibt oder sogar vielleicht noch stärker abverkauft wird. Vielleicht ist das auch die Befürchtung gerade auf dem Kryptomarkt, dass die Future-Märkte sehr negativ anfangen. Und der Bitcoin hat sozusagen dann vorgelegt. Andersrum könnte es natürlich sein, dass vielleicht beim Nasdaq eine kleine Erholung direkt auf den Future-Märkten dann zu sehen ist. Dadurch würde dann natürlich auch Bitcoin wieder nach oben ziehen. Also habt die Charts im Blick, wenn euch das kurzfristig interessiert. Auch da interessante Statistik mal zum Nasdaq. Wenn man sich die Bärenmärkte mal anschaut und wie lange und wie stark die waren, werden wir jetzt aktuell sehen. Wir sind jetzt inzwischen bei 24% beim Nasdaq. 168 Tage jetzt im Abwärtstrend. Zuletzt waren wir so lange in einem Abwärtstrend 2007, 2008. Also da, wo die letzte Wirtschaftskrise global auch vorgeherrscht hat. Davor hatten wir nicht wirklich so lange Bärenmärkte. Und da ist jetzt die Frage natürlich, wird das genauso stark wie beispielsweise 2007, 2008 und vor allem auch genauso lange. Also haben wir jetzt hier vielleicht nochmal 5, 6 Monate weiteren Abwärtstrend, wenn wirklich der Nasdaq 50% insgesamt dann nach unten gehen sollte. Werden wir das natürlich auch bei Bitcoin sehen, wenn die Entkopplung nicht stattfindet. Aber wir sehen schon, wir haben auf jeden Fall eine kleine extreme Situation verglichen mit der Historie. Also schon seit 14 Jahren, 15 Jahren nicht so eine Korrektur gesehen an den traditionellen Märkten, zumindest hier beim Nasdaq nicht. Und das kann man auch charttechnisch ziemlich so genau so sehen. Wir sehen zum Beispiel den RSI auf dem tiefsten Wert seit 2008 und 2001. Also seit den größeren Crashs, die wir in der jüngeren Vergangenheit, wenn man das noch jung überhaupt noch nennen kann. Aber seit der Dotcom-Blase und der Finanzkrise 2008 ist das sehr technisch gesehen. Über Verkaufsbereich, den wir jetzt beim Nasdaq gesehen haben, auch da ein Hoffnungsschimmer. Und genau das gleiche natürlich auch bei Bitcoin. Aber zum Vergleichen jetzt hier bei Bitcoin, vor allem kurzfristig hier dargestellt das Ganze, da hatten wir natürlich nicht, wie gesagt, diese Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben. Geopolitische Krisen, geldpolitische Umwandlung, was wir da jetzt gerade sehen. Also eine 180-Grad-Wende der US-Notenbank. Und aus diesem Grund vielleicht nicht so einfach, so leicht zu bewerten. Wir könnten natürlich irgendwann eine Gegenbewegung sehen. Je länger sich das anhält, desto wahrscheinlicher wird es auch. Aber interessant ist natürlich jetzt bei Bitcoin, dass wir jetzt auch in diese Zonen kommen, dass wir tiefere Tiefs hier bilden. Also das Tief haben wir jetzt ganz kurz rausgenommen. Zur Erinnerung, diese Linie hatten wir ja auch im letzten Video noch eingezeichnet, das Tief hier vom 24. Februar. Genau dort sind wir jetzt mehr oder weniger abgeprallt. Und wichtig wäre es natürlich, wenn wir das Ding jetzt hier halten, vielleicht einen Doppelboden bilden und dann eine Gegenbewegung sehen. Aber rein technisch, nur auf technische Analyse zu schauen, ist jetzt wirklich der falscheste Zeitpunkt meiner Meinung nach. Weil einfach diese Korrelationen vorherrschen und die Abhängigkeiten mit den News da draußen, die sind einfach da. Und wenn wirklich der Nasdaq jetzt hier noch diese Woche oder die kommende Woche jetzt hier weiter abverkauft wird, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir nochmal neuere Tiefs hier bilden und sogar vielleicht in unsere grüne Box laufen. 30.000 US-Dollar um den Dreh. Das wäre sozusagen der Startpunkt für mich. Ich habe beispielsweise einen Kommentar bekommen, was passieren würde, wenn wir jetzt das hier nicht erreichen. Dann würde ich ja gar nicht mehr einsteigen. Aber deswegen sage ich ja auch, das ist meine persönliche Situation. Ich wäre komplett fein damit, wenn der Bullrun sozusagen wieder losgeht, wir neue Allzeithochs sehen und ich in diesem Bereich hier noch nicht weiter nachgekauft hätte. Also das wäre für mich okay, weil wie gesagt, ich schon sehr overleveraged im Kryptobereich bin. Und das wäre für mich kein Problem. Falls wir aber hier drunter in die grüne Box reinkommen, dann fange ich wieder an nachzuschichten. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Herangehensweise. Das muss jeder für sich selbst bewerten. Wenn du der Meinung bist, du hast noch nicht genug, dann wäre es wahrscheinlich jetzt vielleicht auch schon der richtige Zeitpunkt, auch wenn es natürlich noch weiter runtergehen kann, immer im Hinterkopf haben, dass es noch weiter runtergehen kann und dementsprechend handeln, dass ihr auch immer wieder dann nachkaufen könnt. Ja, das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ihr das gerne hier noch einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.